JOKUZA ZERO Sachen verstrickt, ähm, der Pager erklingelt, ja, weil wir hatten ja jemanden losgeschickt, äh, dass ähm, wir muss ich das denn einmal hier wegmachen, losgeschickt, dass wir neue Sachen dann mitnehmen können und natürlich befinden wir uns zum Glück relativ in der Nähe, wieso kann ich denn nicht in den Club Venus rein, der sieht sehr attraktiv aus warte mal, hier ist es das Tiger and Dragon, oder wie ist es nochmal? Dragon and Tiger, natürlich Tiger and Dragon war ein bisschen was anderes wir haben einen professionellen Catcher in ein englisches Fußballstadion geschickt mal sehen, was wir bekommen haben also ein großes Stadion Stadion, äh, Stadion Stadion, Stadion mit dem N am Ende, ja, über hier Backsteinhäuser, aber unter seinem Schatten haben wir oh, ein schattiges Individuum-Index, ja ähm, und ich sollte ihm folgen oh, und ich wurde von einem wilden Biest angegriffen okay aber ein sehr großer Erfolg die Mission ist besser verlaufen, als ich dachte was bedeutet denn das? also im Soccer-Stadion, ich habe Holz bekommen Holz ist das Item, was ich gekriegt habe better than expected, dafür habe ich dich zum Stadion nach England geschickt okay wie viel Geld habe ich denn? nix kann ich also keinen nochmal extra jetzt losschicken aber ja ich muss das machen, wenn ich mal wirklich viel Geld habe und immer der Reihe nach Leute hinschicken also, wir gehen jetzt zum Majimas Apartment führen die Story weiter vielleicht ist das ja sogar das Ende des Kapitels so jetzt natürlich noch ein paar andere Sub-Stories, die wir starten könnten, aber ich habe erstmal genug davon what the hell oh nein oh nein oh nein so ein Werberoboter aber da muss ich dran zurückzeichen als ich noch ein Kind war im Hamburger Dom da gab es ein Spiegelkabinett und davor war so ein lachender Clown der in einem Sissel gesessen hat also so ein mechanisch animierter Clown und der hat eben nichts den ganzen Tag gemacht außer wild zu lachen und mit den Leuten da reingehen ich hatte super viel Angst davor und jetzt steht so ein so ein ähnlicher Typ der zwar nicht lacht aber trommelt hier daneben das brauche ich muss ich nicht haben wieso gibt es hier eine Schlange? verdammt jetzt habe ich mir die Schlange da angeguckt scheiße dieser Geruch der macht mich ja richtig an ich will das auch haben ich stelle mich in die Schlange das ist ziemlich populär der Laden ja das bedeutet dass er gutes Zeug hat hey entschuldigen Sie mich sagt die violetthaarige alte Frau mit dem Tiger Muster hat sie sich gerade vorgedrängelt das ist aber nicht okay hey lady nicht vordrängeln ja stellen Sie sich normal an wie jeder andere auch hä du warst noch nicht mal hier angestellt kommen Sie schon ja haben Sie sich mal Ihre Augen überprüfen lassen ich habe hier direkt gestanden genau hier ich habe ein Auge mehr als du mein Junge ja und wenn jemand nicht richtig sieht dann bist du das die alte Oma was für eine was für eine alte Schachtel hier hey komm schon könnt ihr das nicht anderswo machen ich versuche hier ein Business zu am Laufen zu haben siehst du jetzt haben Sie es angestellt dass wir hier gerügt wurden wie embarrassing auf Deutsch ist hier wie schamvoll ungefähr Sie haben versucht sich in der Schlange hier vorzudrängeln wenn Sie es nicht gemacht hätten dann wäre das nie passiert ach so angsteinflößend diese alte Schachtel ist wirklich da tut mir der Hintern weh was mache ich hier ich lasse sie ich leg mich jetzt nicht mit der alten Oma an ja I don't care wenn sie zuerst sein soll ist mir doch egal ja es hat es kostet einigen Mut hier da rein zu kommen und gerade jemanden wie mich sich da vordrängeln aber diese Oma und verdammt nochmal was ist denn mit dem Leoparden mit der Leopardenkleidung und der 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 Buddha artigen Frisur ja ist das irgendwie die Uniform von alten Ladies in Osaka hey mein Junge ich sehe dass du mich anguckst wie ein hungriger Tiger kriegst du nicht genug Liebe zu Hause was Lady bei Ihnen da wird doch jedermann schlaff ja ich will nichts mit dem zu tun haben ah was für ein Perversling Hilfe da ist ein Perversling hier der sich anstellt what dieser Mann versucht sich an mir zu vergreifen was geht hier Perversling ich habe nichts getan helfen sie mir ein ekliger Perverser stop machen sie doch hey das ist nicht wahr hier kong deine mama hat die falsche idee jetzt ist er als Perversling abgestempelt diese alte schachtel warte was zum teufel hey wo denkst du dass du dahin gehst ich würde es lassen wenn du es bist sie ist ziemlich berüchtigt hier was berüchtigt der alte Oma oder was hast du jemals gehört dass eine alte Lady wird auch Obasan genannt genau Obasan ist Oma auf japanisch ne und sie ist ungefähr da aber wie ein Tank Bataillon also Obat Obatarian Obatallion eine Kampfachst war nie so scharf und tödlich wie sie eine Kampfachst sie ist doch nur eine alte Schachtel mit einem ekelhaften Geschmack wenn es darum geht das was du sagst aber vertraue mir du willst dich nicht damit einbeziehen wenn du die Osakan Obatarian dann unterschätzt dann ist es dein Verlust die Obatarian okay du wirst nächstes mal kriege ich dich alte Oma das habe ich davon dass ich anhalte werde ich hier zum alten Perversling abgestempelt von der Oma ich will jetzt nach hause ich will jetzt nach hause oh es bimmelt oh die hier naja gut oh ich kriege ich so aber da ich auf der Brücke bin will ich lieber den hier machen yeah das mache ich am liebsten zack und rüber mit dir oh ist das gut ey mein Freund und rüber mit dir zack die zack so gehört sich das so aber das hat hier gebimmelt hat es nicht gebimmelt ja da da ist es die sexy karte die yori kuga war type a karte die werden wir alle finden die werden wir alle finden sich verziehen verprügelt hier hallo schätzelein ich schüttel dir die hand wie lange will er denn die hand da schütteln wir haben uns doch gerade nur begrüßt ja guck uns mal nicht so an hier du ich schüttel dir nochmal die hand was ist das denn für einer kenne ich dich ja ich bin mit dem odyssey ja klingelt da bitte was odyssey odyssey aha wenn es um ozomi geht die yamagata und ich haben uns darum gekümmert nur weil der manager es okay gesagt hat heißt es nicht dass wir okay gesagt haben du holst dir einfach so unser number one gold ach da sind kunden bestimmt das sind kunden wette ich die nur so mich ganz scharf finden oder sind das die kellner ich habe von deiner der kunde ist könig politik oder politik gehört ja dann die sagen dass du dich einfach hinknießt und dann noch battelst das ist naja das klingt auch sehr pathetisch wenn lord of the night ja brauchst du denn so viel geld nun denn einfach hier so rumzustehen das bringt äh uns hier die schuhe zu lecken das wird dich hier nicht ausbringen du musst sie auch sauber machen ja ihr habt mich richtig durchschaut leute ja mein kunde ist mein könig aber ihr seid nicht meine kunden ich werde jedem mich vor jedem verbeugen der bei mir trinken will aber wenn du kein kunde bist dann ist das was anderes und wenn du ein punk bist der sich einfach mir entgegenstellt dann ja werde ich dem entsprechen dieses gelaber klingt ein bisschen komisch von dem kaputten mond ja haut ihm kaputt jungs sind das denn so den borigoons sind das den kunden oder off ha boinks okay nochmal meine hinterher also das aufladen habe ich jetzt auch nochmal probiert was sind das wir hier sind das kunden die ihre nozomi nicht weg haben wollen dieser typ der ist ja wie ein monster was bist du ja rade mal was ich bin dein schlimmster Albtraum mein Junge du willst rache dann komm und trinke in meinem club bist du mein kumpel wenn du mein kumpel äh wenn du mein kunde bist ja dann werde ich mich natürlich vor dir hinknien ähm aber man ist sicher dass du auch deine Zeche zahlst wenn du mein kunde bist ja der kunde ist könig verstanden so japanisch kamisama das heißt doch gott eher der kunde ist gott anscheinend aber das kann man natürlich nicht so direkt übersetzen der kunde ist könig ist ein bisschen verständlicher im westen so aber es bimmelt hier erstmal bevor ich hochgehe wo könnte es sein direkt hier drunter bestimmt da dinozomi hazuki ach ist das diese dinozomi ich lege ihre karte direkt bei mir vorm haus und was ist denn das hier warum auch nicht warum auch nicht aber da ist was oder auch nichts da ist das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Shibata... お前には失望したで、馬島 島野... 親父... 極童にとって、親の命令は絶対... お前だったら、そんくらい分かっとると思っとったかな 親父... 兄弟は... さえじもはどうなったんですか? 教えてください 親父... 道を外した極童の行き着く先が、この穴裏や 親父... 安心せい... 別に殺しはせん せやけど... ここにぶち込まれた奴は、みんな... 殺してくれって、泣いて頼むわ なんでやろな... 親父... 兄弟は... 親父... 教えてください... 親父... 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 continuing... 親父 Usually... 親父一! 親父... 親父の騎士をするら... 親父の騎士 cursするらしくて、 親父の見解 innertむわ! 親父の食欲を産みんながしていくと 親父のよりSongを訴... Während hier Majima wohl, nachdem er gequält wurde, aus der Mafia rausgeworfen wurde und jetzt das Geld verdienen muss, wieder eine Nacht beschissen geschlafen. Ich muss wieder zurück zur Arbeit. Es gibt nicht viel anderes, was ich jetzt machen kann. Es gibt wirklich nicht viel anderes. Guck mal, das ist doch sehr, sehr, sehr karg eingerichtet. Nadeo und mal die Fluppen. Kann ich hier durch das... Ein bisschen kann man durchs Fenster gucken. Haben mich die aufwendigsten Texturen hier hingepackt dafür. Kann ich denn wenigstens, wenn ich zu Hause bin, irgendwas anderes machen, außer... Der hat ja echt nix. Nix, nix, nix. Was kommt davon, wenn man wirklich auch nix braucht? I'm coming home, I'm coming home. Ha, das ist mein Pager. Dragon Tiger. Aber ich hab bei denen noch nix bestellt. Es hat net was, dass die mehr Locations haben. Okay. Da kann ich ja auch dann nochmal hin. Ach, guck mal, bei Tag haben wir Osaka bisher auch noch gar nicht gesehen, ne? Also in diesem Spiel nicht. So sieht's ja aus tagsüber. Also die nächste Location, story-mäßig ist das grau. Aber natürlich kann ich auch hier rüber, warte mal. Was wäre denn der schnellste Weg? Zu Fuß, zu Fuß wäre fast der schnellste Weg dahin. Ich will nochmal... Also ich will nochmal hin. Ich will mir ein Taschentuch. Gib mir mal die Chang. So, Jungs. Ich will euch auch hier mal runterschmeißen. Ach komm. So, wenn ihr mich so quält. Ich will doch eigentlich nur den Johnny... ...über die Ecke werfen. Ach man, aber ich wollte hier doch greifen. Zum Schmeißen. Egal. Lasse er mich vorbei. Sag mal, ist das schon wieder? Ist das schon wieder mein Girlfriend hier? Nee, die sieht anders aus. Als Kakao-chan, nee, Kokoa. Kokoa-chan war es, ne? Tagsüber sieht's ein bisschen... ...n bisschen sauberer aus, in meinem Gefühl. Was passiert denn da? Aber die ist... ...die ist nicht richtig rumgekommen beim Pathfinding. Oh, das ist ja. Ich will doch mal, Maesa, das ist ja! Ich will doch nicht. Ich will doch mal, Maesa, das ist ja! Okay! Zack! Und direkt hinterher. Long. Ja, 800.000 ist schon ganz geiler. Das gefällt mir schon mehr. So, und das kleine Mädel steht immer noch vor der Spielhalle. Seit gestern Nacht. Das kommt davon, wenn wir die Sub-Stories nicht machen. Ja, gesehen, die machen Spaß, aber sie nehmen eben auch viel Zeit weg. Die will ich alle in Ruhe hintereinander machen. So, wir haben neue Locations. Okay, was brauchst du? Equipment Search. Schauen wir mal wieder los. Also, Soccer Stadium haben wir gemacht. Alter, noch in Nordamerika, Südamerika in den Dschungel. Grand Canyon, Sushi Bar. Alter, das wird ja wirklich... In ein Inuit-Dorf. Nordamerika, aber damit meinen sie eher... ...dann Alaska, oder? Und wen schicken wir? Ein Travelling Entertainer, den Athleten. Ex-Mafia, sexy Schwindler. Holzfäller. Ja, ein Holzfäller. Der könnte eigentlich gut passen. Und ich geb' dem... Ich geb' dem noch 100.000. Naja, nicht 100.000. Ich krieg' 30.000 dazu. So, haben wir dich losgeschickt. Ich seh schon, das wird wahrscheinlich zur... ...zure Lebensaufgabe. Immer wieder zeitig dahin. Und neue Leute low schicken. Gut, gehen wir uns Grand. Und schauen wir, was los ist. Sind denn am Tag schon so viele Leute da, die... ...saufen und sich... ...begatten lassen wollen? Naja, komm mal her, meine Freunde. Kann ich mich gleich auch nochmal aufleveln. Ich hab doch... Auf'm Boden, Kick. So. Mein Freund. Zack. Immerhin... ...hat's mich wieder fast über die 4 Millionen getrieben. So, lass mal bei den Abilities gucken. Ich glaube, hab ich hier noch... ...zwei Millionen sind das, ne? Müssen wir den Sucks da immer wieder ein bisschen machen. Ich soll nicht nur Baseball... ...gelumpen machen. Phoenix Spirit. Okay. Rise... Rise of the Gage. Weapon Grab. Ne, Charge Body Blow. Klingt gut. Let's invest... ...in mich. Äh, so rum. So rum ist die richtige Richtung. Richtung hier. Ja, richtigere Richtung. Ach so. Ich sag gerade, hat's gebimmelt, weil ich wieder eine Karte in der Nähe hab. Nein. Es hat gebimmelt, weil ich in der Nähe der Location bin für die Story. Aber hier hinten gehst du schon eine Karte. Jedoch sonst niemand hin. Hier in der Nähe. Ne, es bimmelt nicht. 100.000 Yen-Maschine. Packen wir mal rein. Und was gibt's? Ein Stamina-Royal viel zu teuer. Gehen wir ins, Grant. Grand. Grand Grand. Guten Morgen, Sir. Und danke nochmal, dass Sie den Deal mit dem Odyssey ausgemacht haben. Ich mach doch nur meinen Job. Jetzt hängt es an euch, den Laden aufrecht zu erhalten. Aber das war wirklich die Überraschung, zu der ich aufgewacht bin. Warum hast du mir nicht gesagt, dass noch ein weiteres Girl neben Nozomi hier ist? Okay. Was jetzt? Ja, sicher. Sie ist nicht auf Nozomis Level, aber sie ist ein Veteran mit einem soliden Following. Mit irgendwelchem Glück werden alle ihre alten Stammkonten direkt zu uns kommen. Wir haben ihnen einige unserer Girls gegeben, aber wenn man bedenkt, was wir bekommen haben, dann will ich diesen Deal jeden Tag machen. Ja? Gut, dass ich meinen Arsch denn hier bewegt habe. Ich muss mich hier ein bisschen nützlich machen. Ja, sogar nur, nur so mitzukriegen ist ein kleines Wunder. Noch mehr zu verlangen würde gierig sein. Scheint so, als ob mein Talk mit Yamagata wirklich geholfen hat. Ehrlicherweise aber habe ich gehofft, dass wir ein bisschen besser was wegbekommen als das, was wir haben. Ach, okay. Ein bisschen mehr Research vorher. Hätte mir nochmal ein bisschen bessere Karten gegeben. Aber was hätte ich denn da noch finden sollen, ne? Das macht jetzt auch keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ich habe auch getan, was ich tun konnte. Ist ja eine gute Zeit. Ich würde gerne eine neue Schicht hier machen. Ah, jetzt Clubmanagement, ne? Das war nämlich auch ein großer Teil von Teil 4. Da hat man auch Mädels gemanagt. Natürlich muss man das hier machen. Ich habe das hier. Was ist das? Was ist das? Hey, du fleißige Wiener. Kannst du dich kurz von der Arbeit wegschleichen? Ach, nichts Großes. Ich will nur mal ein paar... Mit dir ein bisschen was trinken. Du und ich. Was zum Teufel soll denn das? Es tut mir leid, aber ich würde mir lieber meine eigene Pisse saufen, als mit Bieren mit dir zu trinken. Ja, mach dir keine Sorgen. Das Zeug schmeckt genauso gut, wie du es denken magst. Komm schon. Der Platz bei dir wird nicht abbrennen, nur wenn du von der Nacht weg bist. Ich treffe dich in Ashitaba Park. Aber lass mich nicht warten. Was für ein Arschloch, ey. Der Besitzer braucht mich. Nicht sicher, wie lange ich wechseln werde. Ich werde den Club euch überlassen. Eh, verstanden. Ich werde den Floor Managers wissen lassen. Danke. Stabber Park. Ja, ein guter Spock für... Oder ein wirklich hochklassiger Spot für einen hochklassigen Typen. Keine Ahnung, was er anstellen wird, wenn ich mich verspäte. Also soll ich mich besser auf den Weg machen. Ja, Ashitaba Park. Soll ich mal saven? Ja, ne? Hatt ich schon einen neuen Save gemacht? Nach dem Ende des Kapitels? Noch nicht, ne? So. Sicher ist sicher, ne? I'm coming home. I'm coming home. Gibt's hier eigentlich keinen Subquest. Innerhalb des Ladens. Ich hab' auch gedacht, dass man hier was finden kann. Also außerhalb. Ich bin mir sicher, dass man nochmal die Girl-Management-Nummer machen sollte. Dass die hier schon so früh am Morgen alle am Rumgeilen sind. Der Diebit ja nicht. Naja, wir schauen uns nochmal die Geschichte im Ashitaba Park an. Das ist der Spielplatz in Anführungsstrichen. Haben durchgegangen waren. Ich glaube, mit dem Taxi sind wir wohl schneller. Ja, ne? Es ist schon Abend. So schnell ging das? Dass es schon Abend ist? Da ist der Ashitaba Park. Warte mal. Wo? Ah, hier ist ne Taxi. Ja, gut. Das geht schon. Ähm. Aber wo hab ich denn jetzt hier? Warum hab ich denn... Ach, der Pager. Ach, hier. Klar. Dragon Equipment. Dragon Tiger Income. Dragon Tiger Equipment. Okay, dann machen wir es. Dann machen wir voll Taxi-mäßig dann. Dann mach ich erstmal das Dragon and Tiger in der East Street. Und dann nehm ich von da an das Taxi in den Süden. Weil da muss ich nur einmal ums Eck und dann bin ich beim Park. Und das ist ja okay. Das kann man ja machen. Ich komme nach Hause. Ich komme nach Hause. Das ist Dragon and Tiger. Zum Glück bin ich über den Abzieher noch nicht so häufig gestolpert hier. Der schien ja in Kamurocho häufiger unterwegs zu sein. So, was hatte meine Expedition zu den Inuit gebracht? Ich habe nach dem Auto geguckt, aber ich war in einem Blizzard gefangen, weit weg von Städten, an hohen Spitzen vorbei und tiefen Abstürzen. Da war ein verstecktes Dorf. Was hat er da gefunden? Ich kann Karten nicht lesen, ich war erfolgreich, aber ich habe mich verlaufen auf dem Weg nach Hause. Resounding Success, besser als gehofft. Ein Iron Hammer. Und schön viel Zeug. Ja, der Holzfiller war die richtige Wahl. Glaube ich. Muss ich ihm aber so viel Zucker in Form von Geld geben? Na ja, einen Agenten losschicken. Sag mal, wenn man die Sachen dann einmal macht... Ne, die sind's... Die werden nicht weggehen, ne? Man kann sie immer wieder... Immer wieder dann auswählen. Soccer Stadium. Liberation. Ach, die Camper. Alter, was gibt es denn da? New Japan HQ. Headquarter, eine Geheimgruppe... ...soll illegale Waffen besitzen, okay? Ach, guck mal. Der Waffenhändler. Den kenn ich doch. Ex-Police-Officer. Ex-Mafia. Garantied fine. Handgun, Tom for Police, Patron. Haben wir viel Geld ausgegeben. Mal gucken, was die Jungs denn... ...so rausfinden werden. Eine geheime Waffenfabrik? Oder eine illegale Geheimfabrik? Ein Ex... Äh, nee, war's... Nee, es war Ex-Mafia, aber... ...Geheimpolizist, ne? Nicht Ex-Polizist, ein Geheim-Mafia. Ist ja wieder was anderes. Oh Gott, Sub-Story. Nee, nicht jetzt. Not now, my friend. So, in den Süden. Very well, Sir. Dann gucken wir uns nochmal an, was der Johnny zu sagen hat. Und... ...glaub ich, haben wir heute mal genug gemacht. Genug gemacht. Genug gemacht. Bis die Sonne für uns lacht. Der wollte uns ausnahmsweise mal nicht angreifen. Na gut. Da sind wir in Ashtaba Park. Die Sonne für uns. Was ist das für mich? Ich habe gesagt, dass ich nur mit dir zu essen möchte. Ich sitze. Wenn ich jetzt ein bisschen was mache, ist es, wenn ich ein bisschen was mache. Der Herr, lass mich einfach mal an. Okay. Das ist so ein Kind. Ich habe einen Fugel mit 100 Gramm und 100 Gramm und 100 Gramm. Ich habe mich überrascht, aber ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Untertitelung des ZDF, 2020 In einem Zug mein Majima. Na gut, nicht ganz. Hm. 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 Ah, hey, komm schon. Du hast deinen Drink nicht angerührt, nachdem du den ersten Schluck genommen hast. Sake schmeckt nicht so gut, wenn man neben dir sitzt. Es sind schon zwei Jahre, seitdem du und ich uns getroffen haben. Und all die Zeit bläst du immer noch Trübsal. Ich wundere mich, warum mein geschworener Bruder dich überhaupt am Leben lassen will. Ja, es ergibt kein bisschen Sinn. Yakuza, die ihren Bossen sich entgegenstellen, kriegen normalerweise ihre Strafe. Ausgetreten und enteignet. Und wenn sie Glück haben, im schlimmsten Fall, dann verschwinden sie für immer für einen langsamen Tod. Du bist ins Loch gekommen, ja, ins tiefste Loch, was ich kenne. Soll es eigentlich Geschichte sein. Aber du hast ein Jahr lang der Qual wie ein Champion ausgehalten. Also hat die Shimano rausgelassen. Wie du es da durchgeschafft hast, ohne kaputt zu gehen, das weiß ich nicht. Aber warum man jemanden aus dem Loch dann wieder zurückbringt, das weiß ich noch viel weniger. Aber rausgestoßen zu werden und Vergebungskrieg ist nicht dasselbe. Du wurdest aus diesem Leben ausgetreten, ohne eine offizielle Enteignung oder einen offiziellen Austritt. Jetzt hätte ich Shimano zu mir gegeben. Sein Bruder hat jetzt andere Farben an für einen Typ. Der normalerweise klar redet um in seinen Fäusten, hat Shimano einen sehr komischen Weg ausgewählt, um sich um dich zu kümmern. Ich sehe den Punkt darin nicht wirklich. Tja, wer weiß. Ich würde ihn eigentlich gerne selbst fragen. Ja, vielleicht überdenken wir es auch alles. Könnte es sein, dass er einfach genug von deinem verdammten Arsch hat. Ja, deshalb, ja. Dass andere auch mal ran dürfen. Keine Reaktion? Ach, du hast wirklich einen Stock im Arsch. Hey, da gibt es etwas, was ich dich schon immer fragen wollte. Warum bist du so verzweifelt, wieder in den Tojo-Clan zu kommen? Ein rebellischer Scheißhaufen wie du, der seine Strafe so lange mitbekommen hat. Warum macht man sowas? Saejima Taiga. Ah, Taiga Saejima also, sein geschworener Bruder. Beschworener Bruder von dir, Beck, damals, als du noch im Tojo-Clan warst, ja? Du hast gedacht, du hast gesagt, du machst das für ihn. Da wird gesoffen. Der 18-fache Seijima, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, es war groß in den Nachrichten damals. 18 Leute soll er erschossen haben, ne? Solo hatte den Uno-Saver-Clan graded, ja, für den Tojo-Clan. Unglaublich, dass er 18 Leute erledigt hat und atmend rausgegangen ist. Eine lebende Legende des Tojo-Clans, hat sogar Schlagzeilen hier unten in Osaka gemacht. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Ein kleines Wunder nach 18 Morden. Ja, alles, was er hat, ist nur noch auf die Todesstrafe zu warten. Du willst dich aber wieder zurückarbeiten in den Tojo-Clan für ihn. Mein Bruder ist nicht jemand, der hier innerhalb solcher Wände sterben wird. Er wird wieder zurückkommen, um mich umzubringen. What? Umzubringen? Ach, nichts, vergiss es. Ist alles in der Vergangenheit jetzt. Jedenfalls, mir ist egal, was mir passiert. Ich nehme den Schmerz, ich nehme die Erniedrigung. Ich will nur wieder zurück in den Tojo-Clan. Ah, okay. Also wirst du wirklich dein Leben darauf verbringen, auf einen Bruder zu warten, der nicht wirklich zu dir zurückkommen kann. Wieder zurück in den Tojo-Clan zu kommen, um einen Sitz für ihn bereitzuhalten, damit er zurückkommen kann. Ha, das bringt mir doch die Tränen ins Gesicht. Ich sehe nicht, ob das wirklich dein Business ist. Ich erzähle dir mal eine Sache, ja, verschiedene Clans oder nicht. Mein geschworener Bruder Shimano hat sich immer gut um mich gekümmert. Aber du würdest nicht sehen, dass ich mein ganzes Leben wegwerfe, nur für jemand anderen. Für seins oder für jemand anderen. Du bist ein erwachsener Mann, ja? Ist es nicht Zeit, zu lernen, dass du was für dich auch machst und ein bisschen lebst? Hey, du machst das, was du machst. Ja, ich weiß, dass du nicht der Typ bist, der sich was anhört und dann es umsetzt. Also, geh, mach ich den Gefallen und komm gleich zum Punkt. Kannst du einen Menschen umbringen? Das schon wieder, ey! Ja, das stimmt. Warum zum Teufel soll dich jemanden umbringen? Du hast doch selbst gesagt, du würdest alles dafür tun, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Oder hat sich das geändert? Warum soll ich das, wenn ich noch weitere 500 Millionen in meinem Club machen kann und meinen Weg wieder zurückkaufen? Was? Einfach, indem du Nozomi wieder zurückholst? Äh, oder von dem Club geholt hast? Also hast du schon davon gehört? Ja, ganz lustig, ja? Ein kleiner Anruf zum Odyssey kann den ganzen Deal wieder zunichte machen. Warum zum Teufel würdest du das machen? Also es ist einfach nur eine Erinnerung daran, dass ich deine Zukunft, äh, dass ich dir in meinen Händen habe. Also erstmal lässt du mich Geld für dich verdienen und jetzt wirst du mich umbringen. Das sind beides wichtige Teile des Business, ja? Wichtig für uns beide. Man, 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 man. Wen soll ich denn umbringen? Makimura Makoto. Makoto Makimura. Hast du den Namen jemals vorgehört? Ich hätte fast schon gedacht, dass er Kasimo umbringen soll. Nein. Jetzt klingelt er nichts bei dir. Er hat hier einen Prostitutionsring in Sodem Bore, der richtig aufgeht in letzter Zeit. Ja, er holt sich junge Mädchen, College-Studenten und lässt sie hartes Geld verdienen. Und dann hat er den Profit. Es heißt, Mädchen, die raus wollen, werden so stark verprügelt, dass sie nie wieder Kinder haben können. Nur als Beispiel. Du hast Glück, weil dein Ziel, der ist wirklich ihr Abschaum. Es ist viel einfacher, den Job zu machen. Wo finde ich diesen Makimura-Typen? Ja, ihn zu finden, ist ein Teil des Shows. Makimura hat seine Mädels in diesen Telefonclubs, ja, um mit ihren Freiern dann zusammenzukommen, ja. Soll es sich besser von unten nach oben arbeiten. Also suche ich die Telefonclub-Crowd, ja, und dann versuche ich, die Spur zurück zu Makimura zu folgen. Du hast zwei Tage, wenn es bis dahin sollte, das erledigt sein. Wenn es länger dauert, dann... Ja, dann wirst du das Ziel auf dem Rücken haben. Sind wir uns klar? Ja, das kann nicht warten. Ich überlasse die Details dir. Sobald der Job getan ist, dann ruf diese Nummer an. Du altes Arschloch, ey. Fein. Majima-Chan, ein letzter Check. Mit Mord, wenn man das macht, wenn man einen umbringt oder 18, ein heiligen oder ein niederes Subjekt, Mord ist Mord. Wenn du jemanden Leben beendest, dann ist es das Ende der Normalität auch für dich. Wenn du rausgehst oder bei dir daheim bist, du wirst nie die Erinnerungen von dir weisen können. Ein kleiner Hinweis von jemandem, der das Yakuza-Degen schon viel länger als du machst, ja. Wenn du vermeiden kannst, jemanden zu töten, dann tu es. Hast du verstanden? Bist du wirklich sicher, dass du jemanden Fremdes umbringen kannst für deine eigene persönliche Agenda? Hör auf, hier rumzunörgeln, ja. Es ist nicht so, dass es eine Zukunft für einen Yakuza gibt, der den Abzug nicht ziehen kann. Ich werde deinen verdammten Job erledigen. Okay. Danke für das Essen, Chief, der alles mit angehört hat. Hier ist auch die Bezahlung für ihn. Trink gerne weiter, wenn du willst. Oh, und die Fleischbällchen sind hier gut. Ja. Ess mal lecker Fleischbällchen, ey. Makoto Makimura. Oh Mann, ja, jetzt wird erstmal gesoffen, hab ich das Gefühl. Mann, 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 Mann. Ich will am Majima zwingen, jemanden umzubringen. Guck mal, da sehe ich doch was hinten. Das ist ein gutes Ding. Meine Chance, wieder ein Yakuza zu werden. Ich habe noch Zeit. Das Schlimmste, was ich machen kann, ist alles zu übereilen. Und dann Probleme zu haben. Ich werde morgen früh anfangen. Ich muss heute aber erstmal ins Bett. Aber warte mal, da gibt's... Da ist natürlich eine Funkkarte. Nozomi Hasuki Type B. So haben wir es. Wieder zurück in seine Wohnung müsste ich. Aber ich habe eine Pager-Nachricht bekommen. Ach ja, klar. Dass das hier weg ist. Aber, Leute. Wir haben hier mal wieder einen guten Ausstiegspunkt erreicht. Knallhalter Tobak. Ja, jetzt werden wir tatsächlich gezwungen. Also, naja. Er hat uns ja die Möglichkeit offen gelassen. Aber eigentlich ist es schon gezwungen, dass wir jemanden hier umbringen. Was genau damit passiert? Vielleicht werden wir diese Frage klären. Beim nächsten Mal, wenn es heißt, der Gregor spielt Yakuza Zero. Hier auf crags-rpg-erven.de Bis dann so. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020